ja ich begrüße euch am 2.2.2020 sonntag ist wieder da geht es nicht schöneres als wie eine tasse kaffee zu bekommen beziehungsweise zu machen ja ich wünsche euch auf jeden fall einen schönen start in die neue woche der februar hat heuer 29 tage und ja respekt dass die menschen einfach nett sind füreinander da sind und ja das war es auch zum bord um sonntag und schöne neue woche